Dann starten wir einfach ganz gecheat mit der Burst Der Kollege rennt schon, der kommt eben weg Bleib stehen Junge, du kriegst keine Waffe Ich lass dich keine Waffe kriegen, ich sag's dir Oder doch? Oh mein Gott, ich glaub er hat ne Waffe, oder? Er hat ne Waffe Tschüss Wo ist der nächste Gegner? Da drinnen wartet unser nächster Gegner Machen wir kurze Prozessor Warte Mach doch nicht so viel Druck Okay, erstmal ganz gecheat heilen Oh mein Gott Der Furz ist schon wieder rum Ist das dein Ernst, oder? K 100% 100% 1% 1% 1% Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Ich darf ihm diesen Sieg nicht geben Ich muss warten Ich kann eh jetzt gerade nichts anderes machen Er wird mich wegschnipen Wenn ich jetzt mich drauf packe, drauf setze Draufballer Auf seinen Geschütztauer wird er direkt switchen Und zack, Snapperschuss Zwischen meinen Augen Und das wäre not good, my friends Der ist auch noch da hinten, Papa Sohne, beeil dich Ich glaube, ich lasse medkit hier liegen Und dem Granatwerfer mit Okay, der müsste jetzt gleich losgehen Okay, der müsste jetzt gleich losgehen Okay, jetzt geht's los Jetzt geht's los Jetzt geht's los mit meinem Granatwerfer Ein Schuss treffen Ein Schuss treffen Ein Schuss treffen Und ich kann ein bisschen weiter rumträumen gehen Ich muss einen Schuss treffen Sonst weiß ich nicht, wie der ist Jetzt denke ich Der wird mir gleich den Kopf wegknallen Mit seiner komischen Sniper Womit er schon zig Leute gekehlt hat Oh, 35 Ich riskiere es, wenn er mich wechselt Oh mein Gott Ich dachte schon, er wird mich treffen Zwei Hits Ich weiß nicht, ob er Hitsstuff hat Mit dem kann man nichts machen Der, der ist zu gut Der schwitzt um sein Leben Genauso wie ich Shit, er hat High Ground Nee man, der, der ist zu gut Die sind die Oh mein Gott man Freunde was für ein Endfight war das bitte Der Typ hat um sein Leben geschwitzt Ich aber auch An alle die das Video bis zu diesem Zeitpunkt angeguckt haben Schreibt mal Hashtag heute rein Und seid am Start gegen 19,20 Uhr beim Geburtstag Stream Denn dort erwarten euch einige Geschenke Preise das Turnier wird am Start sein Und ich würde mal sagen Teilt das Video mit euren Freunden Falls dieses Format euch weiterhin gefallen sollte Ich habe mega Spaß bei diesem Format Es macht einfach unnormal Bock solche Videos in der Art zu bearbeiten Falls euch das Video gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Falls nicht Daumen runter Abonniert diesen Kanal für weitere Konten Und bis heute Abend Peace